So, jetzt schauen wir mal, wir unterhalten uns ganz, ganz kurz über den Schmetterlingseffekt deiner Interpretationen. Das heißt dazu, das soll nicht zu lang werden, dass das da mal, was ich so oft gesagt habe, egal was du magst, es ist programmgesteuert. Das, was dich M-Anipuliert, ist dein Ego. Es ist schlichtweg ein Mechanimus, die M-Manipulation, das gestaltgewandene Arne ist dein blaues Ich und du manipulierst dich mit dieser Logik, die du zum Denken benutzt, absolut passiv, es wird dir alles logisch erscheinen. Vorneweg erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte, wir kommen nochmal aufgreifend auf das vorhergehende Selbstgespräch mit der Gesichtsmaske, mit den Filtern. Eine kleine raumzeitliche Geschichte, ich gehe mit meiner Frau spazieren durch den Wald, ganz einsam durch den Wald, weil ich hier den Waldkindergarten, wir haben im Weißenbruch einen Waldkindergarten, wo wir ja schon dort waren, zeigen wollte, der ist total verlassen, da ist keine Menschenseele, wir gehen ein ganzes Stück durch den Wald und dann sitzt hier auf einer Bank eine Frau im Wald, ganz alleine und hat eine Gesichtsmaske drauf. Und ich kann nur sagen, die Morgan hat fast eine Stunde gebracht, die hat sich dann noch gar nicht zusammengebracht, weil sie sagt, wie blöd ist denn da? Ich sage, nee, das ist bloß normal, die ist normiert. Sie richtet sich schon immer auf, wenn im Auto welche Masken aufhören, wenn sie mit einer Autoline herumfahren, in Weißenbruch fahren zur Zeit so viel rum, die haben im Auto die Maske auf, in ihrem Auto. Alles, was wir jetzt denken, was die denken oder warum sie das machen, sind unsere Gedanken. Du musst ganz fest wissen, ein Mensch, den du denkst, ist einfach nur ein Gedanke von dir und der ist, weil du ihn denkst und so, wie du ihn denkst. Gleich bitte ich aber jetzt nur gedacht, feinstoffliche Information ist oder ob du den auf der Fahrtbrüste hast. Er taucht auf und er verschwindet wieder. Das ist hundertprozentig sicher und ich kann immer wieder nur sagen, wenn du jetzt als Brösel unter Brösel bist und du meinst, du müsstest es irgendeinem anderen Brösel mitteilen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagt einer, du bist der Spinner, dann lass ihn gleich stehen, weil sonst gibt es bloß Konflikt. Dann wirst du nämlich auch merken, dass dein Ego sich aufbäumt, aus welchem Grund auch immer und du recht haben willst. Und damit wird das, was du verstanden hast, eigentlich schon wieder zu einer einseitigen Vorstellung von richtig. Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher und was hundertprozentig sicher ist, stellt sich die Frage nicht, ob das richtig oder verkehrt ist. Und wenn sich da nur noch die Frage stellt, ich kriege es anders aus, wenn du dann glaubst, das ist ja richtig, was ich sage, dann ist das nochmal hundertprozentig sicher, sondern einseitig, weil dann kriegst du automatisch die Kehrseiten vorgelegt. Was hundertprozentig sicher ist, ist hundertprozentig sicher. Also ist das keine Kategorie Frage 2 mehr. Und wenn du jetzt aber das glaubst und du sagst, das ist ja, was ich weiß, ist ja hundertprozentig sicher und du definierst das selbst als richtig, dann halst du das eigentlich schon wieder, das hundertprozentig sicher. Stimmt. Lass das auf dich wirken. Das ist jetzt die Finesse. Wir kommen jetzt zur Finesse. Ich mache, das habe ich jetzt extra vorne weg. Ich sage, Beispiel im letzten Selbstgespräch war die Sache, dass diese Gesichtsmaske, dieses Filter letztendlich bloß der neue Judenstern ist, äh, der Hakenkreuz ist, wo sich alle hinhängen. Ich habe es jetzt schon von weg genommen, das hat nämlich auch zwei Seiten. Es gibt welche, die haben die Hakenkreuze da aufgehabt und das Gegenteil davon ist, das sind die mit den Judenstern. Ja. Wie kann ich jetzt den Judenstern vergleichen? Das sind die, die die Maske aufsetzen und wo sie gar nichts davon halten. Ja. Die sie aber trotzdem aufsetzen, weil sie einverstanden sind oder ihnen ja gar nichts anderes überbleibt, weil sonst kommen wir jetzt ins KZ. Ja, genau. Jetzt, was jetzt abläuft mit den Strafen, jetzt ganz aktuell, weil die Marlino sagt, wie macht man das jetzt unser Fränke mit seinem Napferschopp? Die können ja nichts mehr probieren. Hast du dir die Gesetze angeschaut in Bayern? Wir machen gleich vorneweg, ich mache keine Verschwörungstheorien. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir reden jetzt rein, was ich in der Zeitung wieder in Worten lesen, du. In Bayern, der Ladeninhaber, wenn hier von den Angestellten die Polizei reingeht und der Angestellter hat keine Maske auf, muss der Ladeninhaber 1.500 Euro Strafe zahlen, glaube ich, hat sie gesagt. Und es müssen alle Masken tragen, wenn ein Kunde drin ist, der keine Maske auf hat und der muss er, glaube ich, 150 Euro oder was sein. Irgendwo in der Größenordnung. Aha. Also probieren können er die im Dampferschopf eh nichts, wenn er aufmachen sollte. Ja, woher nicht aufmachen. Aber das ist jetzt alles blenk, blenk, das sind Worte, darum geht es gar nicht. Es geht schlichtweg um einfach das Einverstanden sein, wo ich sage, es geht nicht darum, die Sache mit dem Punker und mit dem Banker. Du verlässt deine Logik nicht, egal was du magst. Und ich sage, es muss eine innere Revolution sein. Du musst, was Revolvere wieder in dich zusammenfallen sollte, ist dein jetziges blaues Ich. Dass wir ein neues, mächtigeres, vollkommeneres machen. Das ist das Zurückgeben von dem H, das aus dem Buchstaben erwart wird in meiner Symbol. Ja. Und was jetzt hier wichtig ist, darum haben wir auch zwei Seiten. Das heißt, das sind alles uniformierte Menschen. Ob ich jetzt eine KZ-Kleitung an habe, mit einem Judenstein drauf oder einen Judenstein hingelegen muss, oder ob ich hier Uniform anziehe oder mir ein Hakenkreuzchen klebe. Das sind wieder die zwei Seiten der Maske. Das, was das verhält, ist die Persona. Die Persona sind so unendlich, die Persona und die Masken sind so vielfältig. Und du kannst erst hinter eine Maske schauen, wenn die was äußert. Das ist immer die Sache, mit der Kiste kriege ich nämlich auch 16 Perspektiven. Ich sage, zuerst einmal, wenn du an einen Menschen, sprich an einen Kopf denkst und du fragst dich, was denkt der eigentlich? Das ist wie wenn du an einer Kiste denkst und du fragst dich, was ist da drin? Da wird zuerst einmal das drin sein, was du dir reindenkst. Jetzt denkst du dir aber, wenn du an Menschen denkst, denkst du, dass da ja was drin ist und du sagst, ich weiß nicht, was drin ist. Die Frage ist schon vom Tisch, wenn du weißt, dass der Mensch bloß ein Gedanke ist, dann ist er nur eine Kiste. Und dann kommt die Frage nochmal, was denken die dann von mir? Dieses Aufbäumen. Du weißt, wie oft ich das gesagt habe. Schau, ich denke mir jetzt zum Beispiel eine Evi aus und ich weiß, dass die das schon so oft gehört hat, weil die in so vielen Vorträgen war, wo ich das zigfach wiederholt habe. Ja, genau. Jetzt aber offensichtlich in der Personifizierung der Geistesfunke hat es nicht verstanden, das beleidigt sein. Aber jetzt machen wir das Ganze feiner. Solange du personifiziert bist, das heißt, solange du eine Rolle spielst, die Rolle des Brösels spielst, die du ja jetzt hundertprozentig sicher spielst, du bist ja jetzt der, der jetzt auf dem Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Das ist natürlich nicht dieses Pixelmännchen Holger, das du dir jetzt ausnahmst. Das ist dieser Fleischklops. Das Gefühl eines Körpers, das du jetzt hast, der bist du natürlich nicht, aber von dem rede ich jetzt, der jetzt glaubt, dieser Fleischklops zu sein, welchen Namen du dir auch immer gibst. Dass du, solange du in dieser Maske, in dieser Personifizierung drinsteckst, lebst du in Einseitigkeiten, in Perspektiven. Wie oft habe ich gesagt, du kannst das Bild auf deiner Vorabrille, das nennst du vor mir, hinter mir, über mir, rechts, links, es fällen immer die anderen Seiten. Das heißt, du bist letztendlich einseitig. Du kannst dir aber bewusst machen, dass das andere natürlich auch da ist, aber nicht existiert, weil existieren tut ja bloß das, was du siehst. Und du musst innerhalb dieser Personifizierung in dein Leben, fordert das Leben von dir ständig Entscheidungen. Und jetzt habe ich so oft gesagt, entscheiden heißt, dass die Scheidung aufgehoben wird, aber du lebst in einem Dilemma. Weil durch die Personifizierung siehst du nur eine Seite. Das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten zu wählen, denke ich mal an meine Kreuzung, dann wird deine Entscheidung wieder zu einer neuen Einseitigkeit führen. Du kannst dich jetzt entscheiden, schaue ich nach vorne, nach rechts, nach links, bla bla bla, das sind jetzt Möglichkeiten. Und du wirst da oft deine Verabrille nur von diesen Möglichkeiten, die dir jetzt bewusst sind, wo du hinschaust. Und mal rein, was die Richtungen anbelangt. Ist immer bloß eine davon da, die du dann letztendlich verwirklichst, siehst. Gut. Das heißt, das Leben, das jetzt läuft wie ein Film, wie ein Roman. Und jetzt komme ich, ich mache es genauer wie ein Videospiel. Du bist der Spieler und der Spieler ist das Arnie. Ja. Okay. Und dieses Arnie ist letztendlich jetzt einmal ganz grob ein gewisser KI. Und diese KI, darum hast du ja dieses KI, diese Riesen, wenn wir in Internet, wenn wir in Gematrie-Explorer rein gehen. Denn weil, so dann, so das, weil, das ist immer dieses, weil ich jetzt die KI das bestimmt, weil die KI dieses oder jenes bestimmt, das, so musst du das ungefähr verstehen. Das macht deine KI. Blau. Kann man natürlich auch rot machen. Ja. Der bestimmt aber nichts mehr, der lässt es bloß geschehen. Mhm. Gut. Ja. Ist es wie eine Eingabe. Jetzt hast du einmal die erste Form, dass dir klar sein sollte, wenn das Spiel ist, du bist, meinetwegen, du bist in deinem Zimmer und jetzt wirst du rausgehen. Du hast natürlich irgendeine Motivation, wieso gehe ich raus, meinetwegen die Stadt erforschen. Oder ich will jetzt da hin oder da hin. Dann gehst du aus der Wohnung raus, dann stehst du auf der Straße, dann wirst du dich entscheiden, gehe ich rechts oder gehe ich links. Das machst du mit dem Joystick, wenn du dein Avatar laufen lässt, durch diese Cyberspelt wird. Das Ganze natürlich mit verabredet, wirkt es dann sehr, sehr real. Wir bleiben ganz, ganz grob. Das heißt, diese Entscheidungen, die du triffst, erzeugen praktisch die Zukunft, die du aber bloß immer jetzt in ständig wechselnden Bildern erlebst. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich gehe zum Bäcker oder ich gehe zum Metzger. Und dann wirst du innerhalb dieser ständig wechselnden Bilder die Bilder in die Richtung oder in die Richtung verändern. Das heißt, immer wieder von unserem Konstruktprogramm, dass jede Entscheidung, die du jetzt triffst, maßgeblich bestimmt, wie der Film, wie der Traum weitergeht, den du in Form ständig wechselnder Bilder im Hier und Jetzt erlebst. Das sind jetzt einmal die Entscheidungen. Da kommst du nicht raus. Das ist das Dilemma. Du kannst nicht gleichzeitig jetzt zum Metzger oder zum Bäcker gehen. Du kannst die wieder nacheinander abrastern, aber das ist jetzt nicht die Verzweigung, weil das ist ja wie eine, du denkst dir, das ist wie eine fortlaufende chronologische Zeitspur. Wenn das einmal verstanden ist, kommt das größere Problem und das ist der sogenannte Schmetterlingseffekt. Ja, jetzt kommt es. Also ich sage, er nickt jetzt so, jetzt könnte ich wieder sagen, weil ich das kurz vor der Aufnahme schon zu ihm gesagt habe, was ihn voll wegflasht hat, diesen Charakter jetzt, dieses solche Programm, auch eine Reaktion. Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir halten es erst einmal fest, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, verändert es erst einmal deine Bilder im Hier und Jetzt, was du aber als noch chronologisch denkender Mensch als eine Zeitform, eine Ablaufung in chronologischer Zeit auflaufendes Erlebnis ist, von der Vergangenheit in die Zukunft gedacht. Jede Entscheidung, die du jetzt triffst, verändert praktisch oder bestimmt definitiv deine Zukunft, was auf dich dann zukommt, in wieder die Bäckerei oder die Bäckerei, um bei dem Simsen ein Beispiel zu bleiben. Aber ich habe gerade ein Schmetterlingsphänomen angeschweckt und das jetzt wird sehr interessant. Das Schmetterlingsphänomen setze ich jetzt einmal voraus, die ist in der Chaos-Mathematik. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in China, das ist diese populärwissenschaftliche Metapher, wo natürlich eine riesen Arithmetik im Hintergrund ist, ein arithmetischer Beweis, dass es so ist. Wissen der Menschheitsgeschichte, was wir, Brösel, natürlich nur vom Hören sagen können. Da kann man sich jetzt extrem damit beschäftigen, mit der Chaos-Mathematik, dass diese kleine Verwirbelung, wo ein Schmetterling in der Luft auslöst, sich hochschwingt, und zwar so hochschwingt, dass der hier Monate später in Europa das Wetter verändert. Das ist jetzt keine Theorie, die einfach so dahingesagt ist, sondern das ist ein arithmetisches Faktor. Das muss man irgendwann akzeptieren. Meteorologen ist das komplett bewusst. Das ist natürlich jetzt auch ausgedacht, das ist auch konstruiert. Alles, was du dir ausdenkst, baut dir auf ein gewisses Programm auf. Aber dieses Programm, wenn du dieses Wissen auf deinen Schwamm hast, ist das, ich benutze jetzt einmal das, was ich sehr gerne, ist das ein hundertprozentig arithmetisch bewiesener Fakt. Innerhalb dieses Konstruktprogramms einer Hemmnisphäre und eines Luftraums um unsere Erdkugel rum, die wir uns jetzt ausdenken. Okay. Das ist hundertprozentig arithmetisch bewiesen, dass es so ist, dass der kleinste Hauch irgendwo auf dieser Erdkugel sich so hochschwingt in diesen Riesengewimmel von großen Zangen, dass das wirklich ganz massive Veränderungen auf einer anderen Seite dieser Erdkugel bewirkt. Wieso ich das jetzt anspreche, das sind deine Interpretationen. Das ist die Entscheidung. Ich betone nochmal, praktisch ein Aufheben von zwei oder mehreren Möglichkeiten, dass ich mich für eine dieser Möglichkeiten entscheide, bestimmt eindeutig den Verlauf diesen von dir noch chronologisch abgedauchten Ablauf, praktisch deine Zukunft. Zumindest das ist einmal die neue Zukunft. Und du wirst dann in der nahen Zukunft, wenn die dann zum Heute, zum Jetzt geworden ist, wirst du wieder eine Entscheidung treffen, was wieder dann auf dich zukommen wird. So wie wenn du dich um Borgens sorgst, sorgst du jetzt dafür, dass die Scheiße immer größer wird in der Zukunft, würdest du das nicht denken, das kann nicht auftauchen. Das ist ja dieses Gesetz jetzt bei Corona, dass so viele, auch Professoren und Ärzte, sagen, hätte man das nicht im Geringsten beachtet, wäre das in keinster Weise anders gewesen, wie eine Grippe-Epidemie. Die wir alle Jahre haben. Ich sage immer noch die Zahlen, soweit ich jetzt aktuell bin. Je nach Grippe-Epidemie, das schwankt ja auch so, wie das Wetter schwankt, zwischen 4.000 und 20.000 Tote jedes Jahr in Deutschland sind Opfer der Grippe. Ganz normale Influenza. Jetzt schaue ich die jetzigen Zahlen an. Jetzt werden natürlich sofort wieder die Befürworter der Maßnahmen sagen, ja, das wäre ja viel schlimmer. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe hier schon, jetzt rede ich bewusst chronologisch, ich habe hier vor sieben, acht Wochen schon gesagt, wie das losgegangen ist. Sechs Wochen. Das Weißenburger Krankenhaus, Marion arbeitet im Krankenhaus, ist vollkommen leer. Die müssen Überstunden abarbeiten. Jetzt sind sie so weit, dass sie sogar negativ Überstunden machen müssen. Das heißt, sie müssen jetzt, obwohl sie keine Überstunden mehr haben, daheim bleiben, was sie dann natürlich wieder nacharbeiten müssen. Später einarbeiten. Dass die Urlaubszeit nicht reingeht. Und das ist nicht nur in Weißenburg so. Und dann kommen wieder die Bilder aus Italien. Ein Bild ist ein Bild, das kommt aus dir. Das hält dich in diesem Trugschluss fest. Und du verwirklichst, was du glaubst, verwirklichst du. Du verwirklichst deine Krankheit. Was ich in dir verwirkliche, ist dein Glaube. Das geht bis hin zur Realisierung von Glaubenssystemen. Wenn du glaubst, dass in so einem kleinen Ding, das du Smartphone nennst, du fast das ganze Wissen, das öffentlich zugängliche Wissen der Welt abzapfen kannst, dass du da sprechen kannst und der antwortet dir sogar, wie alt ist der oder der, wenn du Google Now installiert hast. Du glaubst das. Du musst nicht einmal wissen, wie es funktioniert. Und darum funktioniert es auch real, realisiert. Aber nur weil der Glaube in dir drin ist, weil das Wissen in dir drin ist. Wenn du das Wissen nicht hast, und jetzt könnte ich wieder sagen, wir gehen jetzt wieder zurück Mitte der 70er Jahre, Holger. Was ich so oft erzählt habe, da wäre das absolute Science Fiction gewesen. Die Welt um dich herum bestimmt dein Glaube, nicht irgendwas da außen. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Die Bilder, die du magst, bauen auf deinen Schwamminhalt auf. Das kannst du jetzt glauben oder nicht glauben. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und glaub mir, den schlechtesten Ratgeber, den du zurzeit hast, ist dein Glaube. Das ist der Glaube deines Egos. Das manipuliert dich. Das, was dich manipuliert, das gestaltgewordene Arnie, dein blaues Ich, das manipuliert dich. Nichts und niemand anderer. Weil die anderen, die dich manipulieren, sind schon wieder Konstrukte von deinem Arnie, wo du sagst, die manipulieren uns ja bloß. Genau, ja, ja. Gedanken manipulieren dich nicht. Was dich manipuliert, sind deine Interpretationen. Ja. Jetzt komme ich zu dem Schmetterlingseffekt zurück. Genau. Was meine ich damit? Ich habe festgestellt, wenn du jetzt entscheidest, ich gehe da hin oder da hin, wann sich die Bilder austauschen, in naher Zukunft. Weil ich gehe mal davon aus, es dauert nicht so lange, wenn du jetzt von dir von der Wohnung zum Herzog gehst und dir ein Semmel holst. Weil der ist ja bloß 50 Meter von der Haustür weg. In deinem Fall. Holger-Programm. Der Schmetterlingseffekt ist folgendes. Das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die du triffst. Mache ich dieses oder jenes, gehe ich da hin oder da hin, fahre ich in Urlaub oder fahre ich nicht in Urlaub. Das ist eine Entscheidung, die, ich sage zu meiner Marien, wenn sie vor 25 Jahren hat sie sich entschieden, geht sie mit Nudo nach Weißenburg oder geht sie mit Nudo nicht nach Weißenburg. Hätte sie sich anders entschieden, hätte sie jetzt dieses Programm ein komplett anderes Leben aufgeworfen. Ich könnte jetzt beim Holger sagen, du hättest jetzt mit der Andrea zusammenbleiben können, den Holger im Griff halten, hättest du jetzt ein komplett anderes Leben gehabt. Und jetzt kommen wir wieder designen. Das heißt nicht, dass es unbedingt besser gewesen wäre oder schlechter wäre. Es ist offen. Aber gesteuert. Und jetzt kommen wir zu dem Schmetterlingseffekt. Der Schmetterlingseffekt hat nichts mehr, dass du Entscheidungen triffst, sondern was du magst. Du interpretierst Kleinigkeiten. Du regst dich zum Beispiel über was auf, über Nichtigkeit auf. Das ist der Flügelschlag des Schmetterlings. Und egal, welche größere Entscheidung du jetzt triffst, dieses kleine Aufregen wird ganz massiv in deiner etwas fenneren Zukunft, wird sich hoch schwingen und du wirst es vor die Breitseite zu spüren bekommen. Ganz wichtig für mich. Das ist jede kleine einseitige Interpretation, im Positiven und im Negativen. Wird deine fernere Zukunft im Hier und Jetzt erlebt, natürlich ist logisch, wenn man es verstanden hat, ganz massiv beeinflussen. Darum halte dich extrem zurück mit etwas aufubernden Aufregungen, dass du dich über etwas aufregst. Das ist kein kleiner Schmetterlingsschlag, sondern ein richtiges Rumgehampel und Gezappel. Und genau das kriegst du volle Breitseite von mir wieder vorgesetzt. Aber weil das ja so wenig ist, werde ich das extrem vergrößern, dass dich das volle Breitseite wieder trifft. Sehr, sehr wichtig. Ganz halte Insider, da habe ich in Almina gesagt, da ihr so dumm und so taub seid, werde ich jetzt dieses Prinzip werde ich vergrößern. Das heißt, für alles liebenswert, ich nenne es jetzt nicht absichtlich nicht gut, für alles im Sinne von Holofeeling, positive, hingebende, wirst du extreme Belohnungen kriegen, das steiche ich jetzt, ich verstärke das und für jede Boshaftigkeit, die verstärke ich genauso, wirst du volle Breitseite Botshaften zurückkriegen. Das ist immer so das Thema, die Marion, wir hatten heute, ich rede jetzt wieder eine raumseitliche Schnickschnackgeschichte, die Marion, du hast dazu schon genau gesagt, ich habe mir vorher schon gesagt, es muss irgendwas passieren in der Welt, habe ich gesagt, ich will nichts bestimmen, weil sonst würde ich die Freiheit nicht mehr. Habe ich gesagt, aber das naheliegendste, was viele sagen, jetzt hier bei Börse, die Börse wird zusammengekrachen, das lässt sich nicht aufhalten, außer du bist jetzt einer, der sich dafür überhaupt nicht interessiert und dämmerst du eh so in deinen Halbschlaf vor dich hin. In der Regel, unsere Menschheitsgeschichte, unsere Märchengeschichte, die du jetzt auf deinen geistigen Archiven hast, sollte dich lernen, dass solche Situationen seit Menschengedenken, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du in den dir zugänglichen Geschichtsbüchern surfst, sich immer entladen hat durch den Krieg. Die Konstellationen sind da, die Börsen, das Geld, jetzt wird ja wieder Geld aufgepuscht, ohne Ende, um das Ganze, diesen Wahnsinn, diesen kollektiven Wahnsinn, wo keiner was dafür kann. Nicht einmal der Geist, der sich es ausdenkt, der träumt. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist eine extreme Situation, ist immer ausgeglichen worden durch Krieg. Geldentwerdung, das ist so der Wahn, weil ja alles immer noch nach wie vor um Geld geht. Es ist so unendlich erbarmlich, selbst in der Krise, Verlierer, Gewinner, du kannst es trennen und wenden, aber Geld, der Wahn, das Hauptproblem ist das Geld, Geld anbeten. Es geht wirklich auch bei Fachleuten um Geld. Die Menschen leben, die sie am Leben erhalten wollen, ist eine fadenscheinliche Dünnschissbegründung. Jetzt bitte nicht, ich mache keine Verschwörungstheorien, ich bin nicht in irgendeiner Perspektive. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Du weißt, wie oft ich gesagt habe, egal welche Figur jetzt auftaucht in deinem Traum, wenn ich neben dir dort stehe, wenn der den Mund aufmacht, ich sage dir genau, was für eine Strömung hier drin hängt, der äußert die ja. Es sind für mich Facetten, es sind einfach nur unendlich viele Glaubensfacetten. Die muss man zusammensetzen, die muss man wieder einheitlich machen und was kommt dann raus? Du. Eigentlich bleibt es drinnen. War wieder einseitig, merkst du? Das Reden ist immer sehr einseitig. Ja, es ist beides. Was ist das verliebende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, was du erlebst? Der Denker. Das begreift es erst einmal, dass es überhaupt nichts kommt, wenn du ein träumender Geist bist. Jetzt können wir sagen, das ist ja auch eine Einseitigkeit in unseren Ausgaben. Wenn es von außen nicht kommt, man muss von innen kommen. Aber das Innen ist eigentlich, da haben wir auch schon wieder hier, von innen zu mir oder von außen zu mir, dann setzt du in dir nochmal einen vor dir, das noch weiter innen ist. Ja. Weil der absolute Mittelpunkt ist ja nichts. Und noch weniger oder noch innerer, da kann man ja nicht sein. Das geht nicht. Genau genommen ist das nichts, die Verbindung der beiden Seiten. Das Nichts und das Alles, das wir uns jetzt ausdenken, ist das genau in der Mitte, was beides ist. Ja. Das ist der Zustand. Ja. Ja. Das sind ja schon wieder nichts und alles. Da könnte ich sagen, von innen, kommt es von innen, kommt es von innen oder von außen? Zu dir. Du bist der Mittelpunkt. Ein ausgedachtes Innen ist auch was Ausgedachtes. Mhm. Also kommt es dann selbst, wenn du sagst, es kommt ja von innen, kommt es ja auch von außen, von dem ausgedachten Innen. Ja, ich bin dabei. Aber das ausgedachte Innen ist nicht das absolute Innen. Genau. Das bin ich ja schon. Die Kleinigkeiten. Ja. Und genauso ist es hier, gerade jetzt mit dem Schmetterlingsphänomen. Die Veränderungen. Du solltest wirklich versuchen, hier dich zuerst einmal in eine Ebene zu kriegen, dass du merkst, wie sehr du noch einseitig wärst, wie noch Wünsche in dir wirken. Nicht verändern. Ich sage immer, nicht verändern. Dir bewusst machen. Auch die, die es nicht abgewöhnen wollen. Sonst bleibt dir ein blindes Ausschlag. Ja. Sondern die Sinnlosigkeit dieser Aktionen. Was richte ich eigentlich damit an? Richtung. Nicht richten in Form von Heil machen, sondern was für ein Ding steuert mich das hin? Ja. Und es ist also so, dass ich jetzt hier, wenn ich sage, es entlädt sich das damit miteinander da in Zerstörung, aber Zerr haben wir ja schon wieder zur Formwürdung von etwas. Ist ja nur eine Formveränderung. Ja. Ja, genau. Muss ich jetzt das nochmal haben? Das ist ja langweilig. Das habe ich jetzt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausend habe ich das immer mit einem Konflikt gelöst, wo dann eine neue Evolution, Revolution, was Neues, einseitiges, synchronisiert wurde. Aber wir wollen doch irgendwann einmal das Keter begreifen. Und dann haben wir gedacht, ich denke mir Corona aus. Das ist ein Fuchs. Das ist eine ganz elegante Art und Weise, meinen Geist, das vor Augen zu führen, um was es mir eigentlich geht. Um die Selbstentmündigung. Darum sage ich immer wieder, du kannst dich jetzt eindinken, bei Ken Jebsen, Schiene hier, was alles so unheimlich toll ist, jetzt mit, egal was du liest, was du anhörst, du sollst dich beobachten, ob dir das logisch erscheint, weil es eben deine Logik ist, ob du damit sympathisierst, sympathisierst, könnt auch sagen, korrespondierst, sympathisierst, ist es schön, ob du an dieser Einseitigkeit leidest, oder ob du mehr an der offiziellen, auf die Nummer sicher gehen, was die Masse sagt. Die offizielle, die hinderliche Nummer. Es ist beides hinderlich, beides ist unvollkommen. Ja. Das Spiel, das du mit dir ganz alleine spielst, wirst du zuerst einmal merken, darum ist mir der Einfachere, wie ich sage, ich spiele dir eine Rolle, die du spielst, aber halte dich aus der Außenwelt so meint wie möglich raus. Das heißt, ich will weder, dass du hier irgendwie rebellierst, gerade das Gegenteil, erinnere dich heute bei uns zwei, in Bezug auf deinen Automatismus. Ich habe gesagt, wenn du Auto fährst, als normaler Mensch, halte dich an jede Geschwindigkeitsbegrenzung, stell dich nicht ins Parkverbot, dann kannst du ein ganz ruhiges, wenn du wolltest, doch immer Ruhe haben, ein ganz ruhiges Leben haben und du musst dich nicht hoffen, du kriegst hundertprozentig kein Gnellchen und kriegst mit einander Nöcher. Wenn du selbstständig bist, zahl deine Steuern, gib im Finanzamt, gib des Kaisers, was des Kaisers ist und du musst keine Angst haben, wenn eine Steuerprüfung da ist. Dir sollte der Friede mehr wert sein, wie der angebliche Spaß, ständig Verkehrsregeln zu brechen oder Schwarzgeld zu machen. Außer du bist so clever, dass du es machen kannst, dass man die Gunde draufkommen kann. Nicht mein Ding. Weißt du, das ist auf der anderen Seite, das ist immer wieder auch so mit, diese Sachen, wo man aufschnappt mit Amazon jetzt, der große Gewinner der Krise mit Amazon und das Schöne ist, die zahlen in Deutschland keine Steuern. Ich sage, warum eigentlich? Oder jetzt die ganzen Gelder, die neu aufgenommen werden, was wird eigentlich gemacht? Was ist das eigentlich, was jetzt da wieder in die Wirtschaft gepumpt wird? Dass das einigermaßen am Laufen bleibt. Die schreiben nur Zahlen auf. Die Erbärmlichkeit mit VW, jetzt Sondervergünstigungen, die ganzen Lobbyismen. Ganz kleine Geschichte nebenbei, ohne darauf einzugehen. Hier gucke ich es doch Steuerberater. Ja. Er sagt, früher hätte ich mich aufgeregt. Ich mache jetzt einmal meine Worte. Er schmunzelt jetzt bloß. Er sagt hier bloß ein Beispiel. Einer der Ersten, jetzt ohne Gewehr, einer der Ersten, die bei mir gekommen sind, um hier Unterstützung zu kriegen, ist irgendeiner gewesen. Ich glaube, Arzt, aber jetzt ohne Gewehr, das weiß ich nicht, haben wir nicht so gemerkt. Ein Klient von ihm in der Steuerkanzlei, der im Monat 140.000 Euro macht. Das war einer der Ersten, der hier gesagt, was kann man machen, dass ich Vergünstigungen, dass ich halt so Unterstützung kriege vom Staat. Es ist bizarr. Ich sage jetzt nur Adidas, VW, es geht alles den Bach runter. Es ist gut so. Ohne Revolution. Ein Nachdenken. Und was kommt danach? Was Neues. Das hängt davon ab. Es hängt von dir ab. Auch wenn du das jetzt nicht glauben wirst, das hängt wirklich von dir ab. Es hängt von deiner Interesse ab. Weil was du erlebst, ist nur dein eigenes Interesse, dein inneres Sein. Übrigens in zwei Seiten. Das Essayin, du erlebst dein Bewusstsein mit den Informationen, die dein Bewusstsein aufgrund deines Intellekts, den du zur Zeit zum Denken benutzt, wir nennen das ja Glaube, wir, bewusster Geist, unsere Wellen sind Schöpfungen aufgespannter Polaritäten, AUB, die Beschwerungskunst. Es wird nämlich immer so in dir auftauchen, wie du das beschwörst. Und das, was du beschwörst, ist all das, was du einfach glaubst. Das ist der Glaube. Aber das große Problem ist, ich kann es nicht oft genug sagen, 99 Prozent von dem, was du glaubst, würdest du das jetzt streng genommen für einen Rüchter beschwören? Könnte ich nicht. Würdest du eine Meinheit schwören? Ja. Der lässt schwören einen Meinheit nach dem anderen, weil alles, was er glaubt, kann er nur vom Hören sagen. Jeder Geschichtsprofessor, alles, was der glaubt, was er sich in die Vergangenheit denkt, was angeblich war, jeder Philosophiebrasser, was er glaubt, was Sokrates gesagt hat und Plalom gesagt hat, sind alles Meineide. Und die strafe ich unerbittlich ab, aber nur an dem, der dieses Prinzip, der mit Holophilien konstruiert ist. Was meine ich damit? Das heißt nur, wenn du ein Geistesfunk bist, der mit Holophilien Kontakt hatte, der in irgendeiner Art und Weise mit Holophilien konfrontiert wurde, der wird abgestraft. All die, die du dir jetzt ausdenkst, die von Holophilien gar nichts wissen, sind freigesprochen. Für deine Gedanken, die Probleme, und denen ihre Probleme lösen sich schon in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst. Die Geschichte mit dem Wissenden, der sich am Stein stößt, da tut es mehr weh. Genau das ist es. Das ist das Allerste. Da kommst du nicht raus. Und ich verlange nicht Unmenschliches von dir, sondern das Einfachste der Welt. Lern einverstanden sein. Es kann aber auch zum Schwersten überhaupt fahren, wenn dein Mechanismus, der zweite noch übermächtig ist. Wenn du dich extrem von deinem eigenen Wissen, das gar nicht dein Wissen ist, sondern eine andere ist, ständig manipulieren lässt, weil du nicht bereit bist, irgendwann einmal absolute Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was du dir ausdenkst. Dass du ständig dir einen Scheißdreck ausdenkst, DR-Eck, generiertes Eck, das ist nur Exkrement herausgetreten, und in einem von dir vollkommen hundertprozentig logisch erklärst, wer an dieser Scheiße schuld ist. Der, der sich's ausdenkt. Ein ganz einfacher Satz. Ist das so schwer zu verstehen? Ganz einfaches Deutsch. Wer sollte denn an gedachten, Gedanken, denn sonst schuld scheinen? Es ist zuerst einmal der schuld, der sich's denkt. Aber das ist ein einseitig Ausdruck. Der ist natürlich nicht schuld, weil der, der sich's denkt, ist jetzt was Ausgedachtes. Ist auch was Ausgedachtes. Darauf eingegangen. Ich nenne ja immer, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Lernen tut nicht dieser ausgedachte träumende Geist, sondern der Geist, der jetzt bewusst sich so einen träumenden Geist machen soll. Ich nenne das ja auch gern Einfallspinsel. Ihm fällt was ein, wie ein Kugelschreiber, und er muss das hinschreiben. Er kann sich nicht dagegen wehren. Aber wer für den Einfallspinsel? Der Maler. Jetzt ist es ganz interessant, dass den Maler, kann man sagen, von Gott, M-A-L, wird dieser Einfallspinsel erweckt. M-A-L-R. Wenn aber den Schöpfer, wenn wir rausmachen, dann haben wir nur Gestalt gewordenes Licht, das in dir erwacht. Du glaubst, du hast damit nichts zu tun, und das heißt, gegenüberliegend und beschnitten. Gegenüberliegend, und beschnitten in eine Einseitigkeit, in richtig und verkehrt, in gut oder böse, und so weiter, und so weiter, und noch viele andere Facetten. Okay. Weil das Gestalt gewordene Licht, die ausgedachte Sonne, eigentlich gar kein Licht ist. Mhm. Du weißt immer wieder, wenn ich dieses Beispiel bringe, hier, wenn du im Kino sitzt, und du siehst auch irgendeinen tollen Film. Und was die Logik anbringt, will ich ganz kurz, um das abzuschließen, nochmal auf meine Schimmelbildskoloren spielen. Da bringe ich ein altes Beispiel, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Ich packe das in ein raumzeitliches Beispiel. Ein Bekannter von mir, der hat übrigens jetzt erst bei Philips studiert, der hat den CD-Player mitentwickelt. Dann ist er zu Siemens gegangen, ist dann in Wien gewesen. Mein Wanner, wie denke ich, in Wien, außerhalb von Wien, in so einem fast in einem Urwald spazieren. Da sind wir einfach spazieren, haben wir Philosophie, den Tag draufzeichen, sagt er mal, das schöne Schloss Schönbronn, glaube ich, ist das, mit dem Garten. Und er sagt, ich liebe, ich liebe diese schönen Garten, wo dann die runden Bäume sind und alles so schön gerade, also wie im Zahlen, wie so ein Schlossgarten halt. Sagt er, das habe ich in London schon geliebt, die Engländer haben so tolle Garten, wie die hergerichtet sind und auch hier bei uns hier. Und dann schaue ich ihn so an. Und er sagt, ich finde das hier absolut hässlich. Ich sage, das gestern war schön. Wieso gestern war schön, da waren wir doch fast in der Bamba, im Urwald. Ich sage, genau diese Komplexität von Flora und Fauna, das ist eine göttliche Schöpfung. Wenn du in so einen ganz wilden Urwald reingehst, wo alles zugewuchert ist, da sagt der normale Mensch, das ist ein Chaos. Wir waren gerade beim Schmetterlingsphänomen, darum erzähle ich das. Ja, das passt. Für einen großen Geist ist das Chaos die größte Ordnung, die es überhaupt gibt, das Dohuwa-Bohu. Ja. Für einen kleinen Geist aus einer Schimmelbitz-Kolonie, der wird hier von geometrischen Figuren reingekrackert werden, selbst wenn dann Bäume schön kugelrund sind, zugeschnitten werden, die Hecken viereckig oder was auch immer. Der wird es als schön empfinden, weil das jeder Idiot sieht, diese Ordnung in dem System. Das ist dann eine einfache Ordnung. Ja, genau. Das erinnert mich jetzt hier an den schönen Spondi-Spruch hier, der Dumme kommt um in der Unordnung, ein Genie beherrscht das Chaos. Ja, ja. Und das, was hier Naturwissenschaft macht oder die Medizin oder die Chemie, das ist so ein schöner hingepfliemelter Kindergarten, eine Kindergartenordnung, die leicht durchschaubar ist, obwohl die dann schon für normale Menschen extrem komplex ist, wenn wir in die Quantenmechanik gehen. Aber das sind alles sehr leicht arithmetische Berechnungen. Das Chaos selber, selbst das kann man durchschauen, wenn man diese Kleinigkeit, das Mantelbrot oder, das ist ja Chaos-Mathematik, dass sich ein ganz simples Prinzip gigantische Formen aufbaut. Mir fällt jetzt gerade wieder in der Funktionsgleichung meine Bettkurve ein, wenn du dich daran erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Wenn du dir die Formel anschaust, was diese Formel einfach als Funktion geplottet, als Funktion rausgeplottet für eine Figur gibt, das ist ein Bettman-Zeichen. Eine Riesenformel. Habe ich schon mal reingestellt, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt kannst du noch ein bisschen vor dich hinbröseln und urteilen und richten und interpretieren. Noch ein bisschen mit einem kleinen winzigen Schmetterlingsflügel rumschlagen und schauen, was da ist. Der wird mich beschäftigen. Super. Klasse. Große Klasse. Alles klar. Tschüss. Schmetterlingsflügel